Yo Leute, was geht ab? Ich möchte euch hier den Cyber Sale vorstellen. Da gibt es hier das garantiert Bundesliga Set. Da müssen wir Spielerqualität genau gold, Team Genie mindestens 30 und Anzahl der Spieler im Team 11 Stück. Ich würde sagen, das bekommen wir auf alle Fälle hin. Wir schauen mal, wen wir hier drin haben, wen wir wegbekommen könnten. Nein, der passt auf jeden Fall nicht. Wir brauchen einen Goldspieler, tut mir leid. So, dann haben wir den Stürmer auf jeden Fall schon mal besetzt. Dann schauen wir weiter ZOM, wenn wir da im Team haben. Okay, alles klar. Den wollen wir auf jeden Fall nicht im Team haben. Das ist Spielertauschen gehen wir hier. Zack, linkes Mittelfeld. Da setzen wir den hier ein. Passt auf jeden Fall. Dann Bellarabi will ich natürlich auch nicht tauschen. So geht es einfach ein bisschen schneller. Dann gucken wir mal eine andere Position. Mittelfeld am besten. So, Mittelfeldspieler. Und schauen wir mal rein, wen wir hier haben. ZOM. Jawohl. Passt auf jeden Fall auch. Den ZOM können wir auch gleich hier hin machen. So, dann schauen wir mal weiter. Okay, Hummus und Bananen natürlich auch nicht. Spieler austauschen. Spieler, zack, suchen. LV, jawohl. Passt. Dann den nächsten Spielertauschen. Ebenfalls Innenverteidiger. Schauen wir mal, wenn wir die hier haben. Passt auch. Jawohl. Dann ebenfalls den Sokrates tauschen wir auch aus. Da haben wir hier. Ah, nehmen wir der. Ist nicht ganz so viel wert. Und für den rechten Verteidiger auch ein Spieler austauschen. Schack. Jawohl, sehr schön. Dann als Torwart hauen wir rein. Ah, da haben wir keinen Gold Torwart. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall noch nachlegen. ZDM. Haben wir da einen geeigneten Spieler? Nein, leider nicht. Mittelfeldspieler allgemein. Wen hätten wir da noch im Angebot? Wir hätten Joshua Kimmich. Aber den möchte ich hier nicht verwenden. So, wir gucken mal rein. Wir haben hier den Torwart. Den kann ich austauschen. Wir haben hier ebenfalls. Den Torwart wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Zack. Okay. Den ebenfalls ins Team. So, wir brauchen jetzt noch genaue Goldspieler. Okay. Wir brauchen noch einen Goldspieler. Und da könnten wir Torwart ist der Charme nehmen. Die Spielerqualität. Goldspieler. Ah, okay. Alles klar. Ich habe den Fehler gesehen. Zack. Okay. Leihspieler können nicht gesendet werden, wie ihr seht. So, dann schauen wir mal, wen wir hier noch als Alternative haben. Da brauchen wir auf jeden Fall Gold. So, alle. Und wir gucken einfach mal ins Team rein, wen wir hier noch einsetzen können. Hier, den würde ich einmal mitnehmen. Da brauchen wir nicht so auf die, ja, also 30 bekommen wir auf jeden Fall hin. So, dann machen wir den mal hier zur Sicherheit weg. Spieler tauschen. Gold. Aktive Position. Alle. Und wir gucken mal weiter, wen wir da noch hier haben. Da haben wir noch einen Costa auf jeden Fall. Das sollte jetzt passen. Und hier, den würde ich natürlich gerne auch noch behalten. Also Spieler tauschen. Da nehmen wir hier. Ich denke, das passt soweit. Okay. Und wir sind das Ganze ab. War auf jeden Fall gar nicht schwer. Sehr cool. Nice. Und damit haben wir das garantiert Bundesliga abgeschlossen. Und erhalten ein Premium Gold Set Bundesliga. Sehr nice. Richtig, richtig geil. Da möchte ich gleich mal schauen, wie sich das hier auswirkt. Auf jeden Fall. Wir schauen mal in unseren Shop. Und wir öffnen einfach mal das Premium Gold Set Bundesliga. Und schauen, wer drin ist. Hello. Von Mainz frei auf jeden Fall. Wen haben wir da noch so drin? Den Lehmann, den Altentop. Ansonsten Verträge, ein Wappen. Okay. Auf jeden Fall. So geht die Squad Building Challenge bei der Bundesliga. Könnt ihr gerne nachbauen. Wie gesagt, ist gar nicht teuer auf jeden Fall. Und gar nicht so schwer. Von dem her einfach zuschauen. Beim nächsten Video, wenn ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich sehr freuen. Über eure Unterstützung für meinen Channel. Das wäre sehr geil. Und bis zum nächsten Mal. Euer Benchubi. Ciao. 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 Ciao.